Nochmal, jeder darf sich seine Meinung bilden. Ich weiß, dass ich kein Lügner bin und ich auch immer wieder auch mit dem Verein so in Verbundenheit gewesen bin, dass ich ganz klar auch immer wieder klar kommuniziert habe, dass wir immer Bescheid gewusst haben, was eventuell auch passieren könnte. Ich bin kein Lügner, wenn der eine oder andere glaubt, ich bin ein Lügner und Glaubwürdigkeitsdebatte und so weiter. Wenn es bis zu dem Zeitpunkt dann einfach auch so ist, dass sich viele Sachen auch verändern, dann habe ich auch das Recht, dass ich mir Gedanken machen darf, wie die Zukunft auch aussieht. Und diese Entscheidung ist dann auch so getroffen worden, dass ich gesagt habe, dann möchte ich mich auch verändern, ich suche eine neue Herausforderung. Und wenn jemand glaubt, ich bin ein Lügner, dann soll er das.